Was machen wir hier hin? Ein kleiner Eingang Obwohl der Eingang, ja, gut, der Eingang, ja, ein Eingang sollte sein So, wie groß basteln wir das Ganze denn? Huch, das war schon alles Ich muss alles klein machen So, noch einen und jetzt gehen wir rum So, und einer gehen da auch noch Einer, ne, das ist zu fehl Da können wir jetzt sogar inzwischen Axt nehmen Das ging vorher nicht So, fertig, passt, super Sache So, mein Schafi Schaf Du bist ja schon mal ganz nett und lieb Und ich mach hier hinten auch mal ein Türchen rein Äh, ja, super Da soll das Türchen eigentlich hin Hallo, guck mal was ich hier habe Du bist zwar schon geschoren Aber trotzdem, komm doch einfach mal mit Komm Leckerli holen Ja, so ist brav Komm, hier hinten rein Och, wie schön verarscht Ha, 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 ha So, da kommst du nie wieder raus Äh Äh, ja Ja, ja Äh, nein Sicherheitshalber, dass ich das Ganze mal hier Lauf, 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 lauf Hm Das gab jetzt nichts Wie erschreckend Dann muss ich mal gerade hier gucken, ob es hier was gibt Nee, auch nicht Gar nichts Also langsam Kann doch wohl nicht sein hier Obala Was ist denn das für eine Kackmusik hier? Direkt mal eins weitermachen So, Tastenbefehl Ja, nee, ist klar Hier haben wir das große Meer Hier sind wir dann angekommen Und hier haben wir echt keine Samen mehr Und es wird auch schon wieder duster Hopp, 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 hopp Schmeiß das Ganze gerade hier weg So, braucht sowieso keine Sau Wofür denn auch? Wir haben ja eh keine Kühe Lauf Ja Samen Als Samen bekamen Ach, da war einer Da war einer Ich glaube die Büsche alle kaputt hier Ja So, meine lieben Wettenfreunde Drei Stück Das geht eigentlich auch noch lang So, und holen wir uns noch den letzten Samen aus dem Wasser Der jetzt hier irgendwo Ja, wunderbar ist, genau So, reicht das? Da ist ja noch ein Busch Und da auch noch Jetzt wird zwar langsam Zeit Ich muss aufpassen Ja Oh, schnell laufen kann ich jetzt sowieso nicht Und da habe ich schon was Springen Ach, Zombie Langweilig Kann ich mal sogar die Blümchen mitnehmen Die haben Wegesrand stehen Na gut Mich hast du nicht getroffen Nur noch ein bisschen Erde mit Kann ich nicht schaden Oh, aber da fällt mir ein Die Creeper sind ja meistens nicht alleine Schnell nach Hause Hallöchen Hallöchen Komm doch, wenn du dich traust Hohohohohohohohohoho Ahah Ich töte dich Steck einen Pfeil in meinen Pfosten Das war aber nicht nett Blutspritzer überall noch. So, dann packen wir ja direkt mal das Spinnenei ein. Äh, jawohl. So, ihr Futteralien. Wir haben jetzt 25. Da könnte ich ein bisschen Brot draus machen. Ja, wenigstens mal aus der Hälfte hier. Ja. Na nun. Da passt doch. Vier schöne Brötchen. Super Sache. Die sind natürlich gleich ruckzuck weg. Zwei, drei. So, das muss jetzt reichen. Füllt sich mein Herz wieder auf. Jetzt müssen wir erstmal hier pennen. Und, gute Nacht. Frisch ausgeruht. Jetzt aber frisch ausgeruht. Geht es dann weiter ans Tagwerk. Die Spinne. Ist hier noch eine übrig geblieben? Ich war biebsch noch im Ohr. Jetzt muss ich auch. Ja, ich tu mal gerade wieder alles zurück. Nein. Nein. Hier. Sag mal. Ach Gottchen, die Erzgiste war ja oben. Ich habe das Ganze noch nicht beschriftet. Furchtbar. 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 Dann machen wir das jetzt einfach mal. So. Hoch, hoch, hoch. Alle vier. Dann schauen wir doch mal. Was haben wir denn hier? Also, das waren die Cobblestones und Netherzeugs. Wohl nur für Cobblestone müsste das ja eigentlich reichen. da war ja nichts. Holzkram. Holzkram ist gut. Und hier mache ich dann das Netherzeug rein. Äh, ja. Genau. Das Zeichen für oben. Und dann, äh, da ist ein Zoom drin. Das wollte ich jetzt nicht. Holzkram und Netherzeugs ist unten. Ja, ich weiß. Ich kann zoomen. Nur ratet mal, wieso. Ich habe Optifine drin. Ja, es ist nicht mehr der MC Patcher, beziehungsweise schon. Aber der ist nur noch für das Random Mobs zuständig, was hier leider nicht mehr funktioniert. Trotz Patch. Optifine läuft nämlich wesentlich stabiler, beziehungsweise schneller. Ich habe viel weniger Einbrüche als sonst. Ich habe einfach mal mal. Lieber Erde und Grappel. So ist es. Ja, das geht jetzt mal. Ja, der noch Soul Sand kommt raus. Kommt hier rein. Put it in my soul. Nö, nö, nö. Ja, ja, ja. Kipp ja. Nostone. Nee, Nostone kommt nicht mehr. Netherwreck. Ganz nach oben. Da, wo es hingehört. So. Passend. Perfekt. Level. Erde. Ja. Ballern wir direkt mal rein. Zack, 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 zack. Erde. Süß. Kiesel, Schatz. So, haben wir. Dann war da unten Kobbel und oben waren die Stone-Zeugs und Bricks und hasse nicht gesehen. Halt. Ja, machen wir jetzt so. Stone, Bricks. Äh. Ja, ist gut. Und machen wir Cobblestone. So, ist jetzt ein bisschen anders bebildert, beschaubildert, bebuchbildert. Aber ist ja auch wurscht. Den Holzkram kann man wieder hier wegpacken. Zack, tada. Holz brauchen wir im Nether nicht. Dann krabbel ich jetzt mal nach oben. Aber, nee, den Kack müssen wir auch noch wegmachen. Die Wand sieht ja echt... Willst du denn? Ich mach dich doch im Sprung fertig, du Mädchen. Ta. Das sieht schon gut aus hier. Machen wir uns nämlich den Weg frei. Das mach ich jetzt aber nicht. Nein, nein, nein. Lass dich bloß nicht ablenken, du Balloonhead. So, rein damit. Äh, Wollfarbe. Farbwolle.